Das Wichtigste ist eine gewisse Spiele. Gechillte Runde auf Carrier Mit dem Mitschlag Wie toll Abrunden haben wir noch den Schwarm dabei So, schauen wir mal Wir haben jetzt erwarten, dass die unten reingehen Ich wollte dann sicher mal ein paar Worte zur Beta hören Was ich davon halte bis jetzt, aber Ich will erst mal warten, bis ich sie selber anzocken kann Auf den Konsolen wissen wir, dass es schön und gut läuft Aber uns PC-Ele interessiert ja mehr die Performance Also warte ich eher, bis ich selber zocken kann Und dann haue ich erst Meine Meinung dazu raus Weil hier mal der erste Eindruck Gefällt mir schon mal Und die Beta wird es auf jeden Fall auch längere Videos geben So 10 Minuten oder so Also eigentlich doppelt so lange wie gewohnt Da ist es mir schon wert, dass ich ewig uploade Mal was längeres rauszuhauen Schauen wir mal Also mal ein Witzschlag raus Oh shit Wenn man Bob den Bauer erwischt Was sind denn die alle hin? Sind die irgendwie ins A-Haus rein, denke ich mal Sonst haben sie nichts zu verstecken So, vielleicht erst mal hier vorbei Ach du Scheiße Hat sich das Bord schon wieder geändert Und ich habe es nicht gecheckt Aber früh genug zum Glück Meine Güte Oh oh Sicherheit Sicherheit geht vor Ich brauche den Anschnallgurt Vielleicht können wir noch einen wegholen, weiter Da wird es ja jemand Ah, da hockt er drinnen Habe ich gar nicht gesehen Pass auf, machen wir erst mal hier die Witzschlag raus Das wird mir ja schon wieder viel zu gefährlich Oh Gott, da kommen sie Da kommen sie Flieg Die dürfen nicht in die Bunker rein Ich habe mich was selber abgeknallt, Alter Sind alle im Führerhaus drin oder was? Ne, aber jetzt nicht mehr Ja Super Ich hoffe, das Mothership kann man nicht so geil geiern Das ist in Bio 2 so einfach Da hast du zwei Magazine drauf Dann ist die weg Das ist hoffentlich nicht der Fall Oh, Mann, Alter Oh, wie schmackhaft Mmh Alter, wie lecker Oh, nice Oh, jetzt gehen sie raus Oh, wie lecker war das denn? Oh, da geht man ab Jetzt sind wir super vorbereitet Und zur Beta, Alter Wenn es schon wieder so abgeht Alter, Schwede, guck mal Haben wir noch einen Schwarm hinterher, würde ich sagen Da wird es wohl nicht mehr viel bringen Schau mal, dass ich die nicht verkrieche Oh, da kommen hier zwei Mit Buddy im klaren Sack Schau mal Ob ich dann ein bisschen was kriegen kann Ich zocke ja gerade ein bisschen mit Abonnenten hier Dachte mir, ich nehme mal auf Dann kommt sowas dabei raus Richtig geil Nice Hier, schau mal Schau mal, Shampoo Erstmal Schleichwerbung gemacht Unfreiwillig So Mal schauen, vielleicht versau ich es mir auch noch, Alter Ich darf jetzt nicht irgendwie Behinderte reinlaufen Aber die campen da drin Das ist schon mal klar Schau mal, ob wir hier in der erste Ecke einholen könnten Den Bauer haben wir Ich glaube, sonst saß da keiner drin, oder? Ah, doch in der Ecke Oh, Shit Haben wir nicht mehr erwischt Ah, die haben wir noch Schau mal Zack Hauen wir noch mal hin 56 ist schon mal richtig cool Hat auf jeden Fall ordentlich Spaß gemacht Und seid ihr sicher, dass zur Beta einige Videos kommen werden? Da bin ich richtig hyped Alter, wo ist denn der letzte Alter? Hey, du Ne, am Ende sterbe ich jetzt nicht mehr Nein Alter Okay 57, nice Danke fürs Zuschauen Ist ganz geil Hab ich am Anfang gut gemeistert Danke fürs Zuschauen Haut rein Bis zum nächsten Mal Tschüss